2 auf 0 Darfst du dann auch nutzen Tja, hinterher lässt sich das immer so leicht sagen Vielleicht wäre der Pass rüber noch besser gewesen Aber hat sich halt für den Schuss entschieden Auf der anderen Seite gut von Tronja Und der macht das Ding Pavel Tronja, klasse Move Schickt den Badnau einmal ins Leere Und dann ab ins kurze Eck Oben rechts rein, in den Knick Keine Chance für Reme Sieht da vielleicht nicht ganz so gut aus Weil es kurze Eck ist Aber das war klasse Wie Tronja sich da bewegt Elegant Gegen den Defender